Die erste Wand der Sporthalle der Schule am Schlosserplatz ist eingerissen. Die Halle bietet ungewohnte Einblicke. Wie vom Landkreis angekündigt, hat am Freitag der Abriss der nicht mehr genutzten Halle begonnen. Bis Mitte nächster Woche soll die Halle verschwunden sein. Dann soll auch der Abriss des Schulgebäudes geplant sein. Auf der Fläche soll dann der Bau des neuen Kreisverwaltungsgebäudes beginnen. Rund 4,2 Millionen Euro Baukosten setzt der Landkreis an. Das Gebäude soll Ende 2018 fertig sein. Untertitelung des ZDF, 2020